Das Todgeführ wird eingestuern. Ja, weil's der Zugraste bist. Nenn ich die Ausländer. Hast du keine verfickten 2 Euro, dass du das mit der Korte zahlen musst? Glaubst du, im Himmel frisst dir der Löwe nicht? Hey, was ist mit deinem Auge? Wie will ich drüber reden? Hab normal ihr Messer dabei. Oida, sind das keine Patrioten? Wer ist Depperten? Ich suche eine Frau. Na, so Gewichtsklasse 4. Eine zu meiner gruben. Habe ich Ghetto gelernt. Sie, Sie, Simmering. Oida, war ich so zuwider, da haben mir nicht einmal die Würstchen mehr geschmeckt. Na, jetzt frei ich mich schon auf ein Bier. Ja. 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 Ja.